Weiß gebadet, früh um sechs aufgewacht, weiß gebadet und wisst ihr warum? Mir ist mein Hochzeitstag nicht mehr eingefallen. Ich hab überlegt, ich hab überlegt, ich war völlig fertig, ich war völlig durch den Wind und 14 Uhr ist es mir eingefallen. Mensch, ich bin doch gar nicht verheiratet. Da war ich erleichtert. Da war ich wirklich erleichtert. Und ich bin auch jetzt erleichtert, wenn ihr noch ein bisschen mitzieht, Freunde. Wir machen jetzt zwei Songs von zwei Männern, die hatten fast das gleiche Accessoire als Markenzeichen. Nämlich eine Brille. Der eine eine Sonnenbrille, der andere so eine durchsichtige Hornbrille. Der erste steht für den Soul, der andere für den Rock'n'Roll, der erste ist Mr. Raychard. Und dann kommt Mr. Buddy Holly. Also, seid dabei! Jesus. Peter Roach Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020